Hey Leute, wir werfen heute nochmal einen schnellen Blick auf unser MajorCraft Ceana-Teckel. Denn bei den Routen sind neue Modelle hinzugekommen. Das ist zum einen die Ceana CNSS 802ML und die Ceana CNSS 862M. Beide Routen sind eigentlich für Seabass und Wolfsbarsch konzipiert, funktionieren aber auch bestens für die heimische Angelei bei uns an der Küste, zum Beispiel auf Meerforelle. Typisch für Ceana bekommst du auch diese Routen in der gewohnten MajorCraft Qualität zu einem moderaten Preis um die 115 Euro. Perfekt passend zu den Routen sind unsere Ceana-Rollen, die ich in anderen Videos schon vorgestellt habe, und natürlich auch unsere Ceana-Köder, die sich alle in einem ähnlich günstigen Preisniveau bewegen. Wenn du also vielleicht gerade auf der Suche nach einer preiswerten Japan-Kombo bist, dann schaut ihr gerne jetzt unser gesamtes MajorCraft Ceana-Sortiment an. Wir bieten dir Routen, Roller und die passende Schnur auch als Bundle an. So musst du nicht lange suchen, gib dazu einfach bei uns im Shop oben in der Suchleiste den Begriff Bundle ein und schon landest du direkt bei unseren Ceana-Bundles. Also komm gerne vorbei, Ceana-Produkte auschecken. Wir sehen uns dann im nächsten Produktupdate. Bis dahin, macht's gut und ciao.